Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, wie haben Sie es geschafft, den Hund zu beruhigen? Er hat einen Keks gekriegt. Haben Sie immer Kekse bei sich? Wieso? Wollen Sie einen? Er hat entschieden, dass ich bei diesem Mentorenprogramm mitmache. Sie haben sieben Minuten. Okay, wie hat es angefangen? Ich sehe mich als eine... Machthungrige Persönlichkeit? Glauben Sie, das bin ich? Ich glaube, Sie wollen, dass man Ihnen sagt, was Sie tun sollen. Entschuldigung, ich wollte nicht. Das war unglaublich unangemessen. Ihr Verhalten ist inakzeptabel. Ist es das? Wenn wir das machen, sollten wir Regeln aufstellen, über die wir uns beide einig sind. Hast du das bestellt? Fangen wir damit an. Dann... Ich sage dir, was du tun sollst und du machst es. Und wenn ich es nicht tue? Geh auf die Knie. Nein, was? Geh auf die Knie sofort. Nein, ich bin... Ist es das, was du willst? Du bist sehr jung. Ich will dir nicht wehtun. Mir wehtun? Ich denke, ich habe Macht über dich. Ich muss nur einen Anruf machen und du würdest alles verlieren. Du hattest dich an, wenn ich das sage? Oh, hey. Sie haben ihren Laptop im Büro vergessen. Mom? Kann Mary heute Nacht hier schlafen? Ich habe ehrlich geglaubt, dass sich Frauen mit Macht anders verhalten würden. Willst du aufhören? Du wirkst befreit. Ich habe noch niemals etwas Ähnliches erlebt. Braves Mädchen. üre せ auth 2 3 3 4 4 4 4 5 5